Hallo Freunde, mein Name ist Frank Sackenheim. Ihr schaut den Astro Fotocast. In der heutigen Folge geht es um das Thema, was sind eigentlich Flat Darks und was sind Dark Flaps und was sind Bias Frames oder Biasse und wozu brauche ich das eigentlich alles? Antworten gibt es nach der Intro. Bis gleich! Früher war alles besser. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, was man gerne mal daher sagt und was in den meisten Fällen überhaupt nicht stimmt. Aber das heutige Thema, da kann man das schon drauf anwenden. Zumindest waren früher die ganzen Dinge mit Bias Frames und Flat Darks und so weiter einfacher. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal mit meinen Erklärungen an. Was ist also ein Bias Frame, was ist ein Flat Dark und gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Flat Dark und einem Dark Flat und wenn ja, wozu benötige ich diese Bilder eigentlich? Also was Dark Flat und Flat Dark angeht, das ist ein und dasselbe. Es gibt Leute, die behaupten, es gäbe da einen Unterschied, aber ein Flat Dark, das ist einfach das Dark Frame eines Flat Frames, also zu euren Flats. Ein passendes Dark Frame und ein Dark Flat ist nichts anderes, also es gibt da keinen Unterschied. Was soll das auch sein? Man kann keine Flats machen von einem Dunkelbild, das ergibt einfach keinen Sinn. In einigen Softwares heißt es Dark Flat, in den anderen heißt es Flat Darks und es gibt Leute, die meinen, da noch einen Unterschied zu sehen, aber den gibt es nicht. Das ist beides das Gleiche. Und was ist jetzt der Unterschied zu einem Bias Frame? Fangen wir mal mit dem Bias Frame an. Das Bias Frame, das wissen viele von euch, das ist ein Dunkelbild mit der kürzestmöglichen Belichtungszeit einer Kamera. So, was ist jetzt in solch einem Bias Frame drin? Das schauen wir uns mal am Computer an. Das ist also ein Bias Frame oder Bias Bild aufgenommen mit einer CCD Kamera und man erkennt, dass dieses Bild eigentlich so gut wie gar nichts enthält. Hier ist so ein Zeilenfehler drin. Das Bild ist ein bisschen aufgehellt am linken Rand und am rechten Rand. Ansonsten enthält das Bild eigentlich beinahe nur Rauschen. Wir gucken uns mal die Statistik des Bildes an, um genau zu sehen, ob es irgendwas enthält. Und wenn man hier mal schaut, das aussagekräftigste ist hier dieser Minenwert. Der liegt bei 0,00862. Also wir haben insgesamt ein sehr, sehr, sehr niedriges Signal, wenn überhaupt. Ich kann das auch mal auf 16 Bit umstellen. Auch hier sehen wir, dass das Ganze sich im alleruntersten Sensorbereich abspielt. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, denn wir haben schon gesehen, hier zum Beispiel am linken Rand gibt es eine Aufhellung. Auch am rechten Rand gibt es eine Aufhellung. Darum ist es auch wichtig, so ein Bias Frame von den Bildern abzuziehen. Und Bias, das ist im Englischen, wenn man das in der normalen Sprache benutzt, dann heißt es so viel wie voreingenommen sein. Also wenn jemand biased ist, dann ist er voreingenommen. Findet man ganz oft im Englischen in verschiedenen Zusammenhängen. Im Technischen ist damit immer eine sogenannte Vorspannung gemeint. Also was gemacht wird bei den Kameras, dann ist es egal, ob es hier so eine DSLR ist oder eine Astro-Kamera. Es wird quasi immer ein Grundlevel angelegt. Es wird einige ADUs immer ein Grundlevel geben. Die Idee ist recht simpel dahinter. Man will damit vermeiden, dass zum Beispiel durch Rauschen irgendwie es passieren kann, dass ein Sensor einen negativen Wert liefert. Also das ist für uns Astro-Fotografen tatsächlich sehr interessant. Da wir ja in unglaublich dunklen Verhältnissen fotografieren, wenn wir eine Galaxie aufnehmen und haben den Himmelshintergrund, dann sind wir wirklich ganz unten am sogenannten Noise-Floor. Also da kommen kaum Photonen irgendwie an. Und dann kann es tatsächlich sein, dass durch das Rauschen, also durch dieses zackige Auf und Ab der Messwerte, dass es da mal passiert, dass ein Wert irgendwie unter Null sinkt. Und dann würden wir einen negativen Wert bekommen. Das ist in der Messtechnik irgendwie ungeschickt, ungeeignet. Das können wir nicht gebrauchen. Also hat man sich entschieden, hat gesagt, wir machen es so, dass wir immer eine gewisse Grundspannung anlegen. Damit vermeiden wir diese negativen Werte. In einigen Softwares oder hier und da in der Literatur werdet ihr nicht den Begriff Bias lesen, sondern Offset. Das meint aber genau das gleiche. Offset ist auch einfach diese Grundeinstellung. Man könnte auch im Englischen von einem Pedestal sprechen. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Von einem Pedestal spricht man dann, wenn es wirklich gleichmäßig eine Zahl ist, die man quasi zu jedem Bild dazu addiert. Aber bei diesen ganzen Kameras, da zeigt sich das Bias-Frame nicht nur dadurch, und das haben wir vorhin gesehen, dass das Bild grundsätzlich mal von Natur aus oder vom ersten Moment aus etwas angehoben ist, sondern es zeigt auch eine leichte Struktur. Also wir haben bei meinen Bildern gesehen, dass die Ränder etwas heller waren. Bei einer Canon DSLR oder bei vielen CMOS-Kameras sehen wir Muster in diesem Bias-Frame drin. Das ist das sogenannte Fixed Pattern Noise. Und das ist eben auch eine Eigenschaft eines solchen Bias. Ich nenne es immer die Bias-Signatur. Das ist sowas wie der Fingerabdruck der Kamera. Das ist ein Bias-Frame einer Canon DSLR. Und hier erkennt man keine Aufhellung, allenfalls hier unten rechts vielleicht. Man erkennt aber sehr deutlich, dass hier ein gewisses Muster drin ist. Sowohl vertikal als auch horizontal erkennt man hier ein Muster in diesem Bias-Frame. Das nennt man Fixed Pattern. Ab und zu hört man auch, dass Leute sagen, das Bias-Frame enthält das Ausleserauschen. Und mit dem Bias wird das Ausleserauschen vom Bild abgezogen. Das stimmt nicht. Man kann Rauschen nicht abziehen. Das Bias-Frame enthält natürlich das Ausleserauschen, wie jedes andere Bild übrigens auch. Jedes eurer Bilder enthält Ausleserauschen. In dem Moment, wo ein Bild ausgelesen wird, enthält es Ausleserauschen. Also das ist Quatsch, das ist Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Was man da abzieht, ist tatsächlich zum Beispiel das Fixed Pattern Noise, also irgendwelche festen Muster, die wir da sehen. Und letztendlich einfach den Wert. Ja, es ist gute Praxis. Das ist aus dem Englischen entlehnt. Also man macht es einfach. Man kalibriert die Bilder und man zieht dieses ungewollte Signal ab. Das kommt natürlich aus der Tradition der Berufsastronomen, denn diese ganze Bildkalibrierung, die haben sich nicht Amateure ausgedacht, sondern Profiastronomen, die irgendwann angefangen haben, mit elektronischen Sensoren zu arbeiten, die sich überlegt haben, wie kriegen wir ein sauberes Signal. Genau genommen ist es gar nicht so wichtig, dass wir Amateur-Astrofotografen ein so sauberes Signal erhalten. Wir wollen nur Pretty Pictures machen und wollen jetzt nicht Messungen, wie zum Beispiel fotometrische Messungen, mit unseren Kameras machen. Aber wir sehen gleich, dass es sehr wichtig ist, ein Bias-Frame unter Umständen abzuziehen. So, ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Jedes Bild enthält eben ein solches Bias. Und auch zum Beispiel unsere Dark Frames enthalten schon das Bias-Frame. Wenn wir also hingehen und unsere Bilder mit Dark Frames kalibrieren, dann ziehen wir bereits das Bias in einem Rutsch mit ab. Wir müssen also nicht, wenn wir Dark Frames machen, zusätzlich noch Bias-Frames machen. Und das ist ein großes Missverständnis, weil viele diese Bias-Frames irgendwie den Dark Frames zuordnen. Das ist so ein bisschen der Kern dieses Videos heute. Denn was ist mit unseren Flats? Wenn wir Flats verrechnen, dann müssen wir aus diesen Flats ja auch das Bias irgendwie rauskriegen. Und wie machen wir das? Und jetzt dürfte vielleicht der Groschen gefallen sein bei dem einen oder anderen. Wir brauchen für unsere Flat Frames eben auch ein Bild, mit dem wir das Bias-Frame oder das Bias-Signal aus den Flats abziehen. Und das ist eben das Dark Flat, Flat Dark oder ein Bias-Frame. Wenn wir jetzt aber explizit Flat Darks machen, also wenn wir Dark Frames machen, ja, wir machen den Deckel auf die Kamera und machen ein Dark Frame mit exakt der gleichen Belichtungszeit wie unsere Flats, dann brauchen wir doch eigentlich gar keine Bias-Frames mehr, weil mit diesem Flat Dark würde ja das Bias-Frame abgezogen werden. Not so fast, nicht so schnell. Es gibt gewisse Ausnahmen, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Hier auf der rechten Seite habe ich jetzt mal ein Flat Dark oder Dark Flat, nennen es wie ihr wollt, meiner Canon 6D aufgenommen und im Vergleich dazu das Bias-Frame. Also das Bias-Frame ist bei einer Viertausendstel Sekunde aufgenommen und das Flat Dark ist mit einer Sekunde aufgenommen. Der Unterschied auf den ersten Blick, okay, man könnte scherzhalber sagen, dass die Farbe eine andere ist, aber das spielt hier wirklich gar keine Rolle. Der Unterschied ist nicht zu erkennen. Wir sehen genau die gleichen Muster und ansonsten sehen wir überhaupt gar keinen Unterschied. Wir rufen mal die Statistik auf. Das ist das Bias-Bild der Canon und auch hier sehen wir jetzt in allen drei Farbkanälen, dass die Min-Werte, also ich nenne es mal den Durchschnittswert, dieser drei Farbkanäle unfassbar gering ist. Auch im 16-Bit-ADU-Modus sehen wir, dass diese Werte wirklich sehr, sehr klein sind. Vergleichen wir das aber mal mit dem Flat Dark. Die Werte im Flat Dark sind etwas höher, aber wirklich nur geringfügig höher. Da können wir sagen, es besteht im Prinzip gar kein Unterschied zwischen den beiden Bildern. So, erster wichtiger Punkt, wir haben gerade gesehen, es gibt de facto eigentlich keinen großen Unterschied zwischen einem Bias-Frame und einem Dark-Flat. Es ist ein minimaler Unterschied, aber technisch betrachtet ist es dasselbe. Es sieht aus wie ein Bias-Frame, es verhält sich wie ein Bias-Frame, also ein Dark-Flat. Und ein Bias ist erstmal technisch betrachtet genau das Gleiche. Macht auch mal folgendes Gedankenexperiment. Mit dieser Kamera hier kann ich, ich glaube, ein Viertausendstel Sekunde aufnehmen. Mit der Canon EOS R, die mich da gerade filmt, kann ich ein Achttausendstel Sekunde aufnehmen. Mit meiner CCD-Kamera kann ich aber nur, ich glaube, als kürzeste Belichtungszeit eine Sekunde aufnehmen. Trotzdem ist das dann ein Bias-Frame. Wenn ich die kürzeste Belichtungszeit einstelle, ist das eine Sekunde, was im Vergleich zu einer Achttausendstel Sekunde viel erscheint. Also es hängt einfach auch ein bisschen davon ab, was ist denn die kürzeste Belichtungszeit, die ich überhaupt einstellen kann bei einer Kamera. Die Tatsache, dass bei der einen Kamera ein Bias-Frame ein Achttausendstel Sekunde ist und bei der anderen Kamera eine Sekunde, zeigt schon, da gibt es doch gar keinen Unterschied dann. Also das ist nur eine Frage der sprachlichen Definition. Also, wir sehen, es ist eigentlich dasselbe und ich bin immer noch nicht zu dem Punkt gekommen, ab wann man denn jetzt das eine oder das andere braucht. Keine Sorge, ich komme da noch drauf. Aber bei meiner gekühlten CCD-Kamera, da reicht es, wenn ich einfach Bias-Frames mache. Also meine Lights, die werden eh mit den Darks kalibriert. Da ist das Bias schon drin. Meine Flats kann ich einfach mit dem Bias-Frame kalibrieren. Und schon habe ich alles, was ich brauche. Ich kann auch Flat-Darks machen, es macht aber keinen Unterschied. Also habe ich es früher immer so gemacht bei der CCD. Ich habe Darks gemacht. Damit habe ich meine Lights kalibriert. Ich habe Bias-Frames gemacht. Damit habe ich meine Flats kalibriert. Und gut ist. Und genauso habe ich es übrigens auch jahrelang mit der DSLR gemacht. Eine Besonderheit, wenn ihr zum Beispiel bei DSLRs, wird das gerne gemacht, entscheidet, dass ihr keine Dark-Frames machen möchtet, dann müsst ihr ein Bias-Frame auch von euren Lights abziehen. Weil, wenn ihr keine Darks habt, wird auch nicht automatisch das Bias-Frame von den Lights abgezogen. Also müsst ihr extra Bias-Frames anfertigen, um diese dann auch von euren Lights abzuziehen. Ich glaube, dass viele von euch die Bias-Frames in irgendeiner Form immer mit den Dark-Frames in Verbindung setzen. Nach dem Motto, die Dark-Frames werden vielleicht mit den Bias-Frames nochmal kalibriert. Aber in Wirklichkeit gehören die Bias-Frames und damit eben auch die Flat-Darks zu den Flats. Die Flats müssen vom Bias befreit werden. Das ist der essentiell wichtige Punkt. Wenn wir hier also über Bias-Frames sprechen, sprechen wir mal wieder über das Thema Flats. Wenn nämlich die Flats nicht vom Bias befreit werden, und auch dann übrigens, wenn die Lights nicht vom Bias befreit werden, dann geht die Flat-Korrektur in die Hose. Und es zeigt sich sehr, sehr häufig dadurch, dass eine sogenannte Überkorrektur entsteht. Also, wenn wir Flats anwenden, dann werden plötzlich die Ecken heller und auch unsere Staub-Donuts oder so erscheinen plötzlich hell im Bild. Das ist die Überkorrektur und das ist eine Fehlkorrektur der Flats. Und das hat in 99% der Fälle damit zu tun, dass wir irgendwas mit dem Bias falsch machen. Warum wird jetzt heute, 2021, so häufig dazu geraten, dass man eben keine Bias-Frames machen soll, sondern Flat-Darks? Das hat damit zu tun, mit den CMOS-Kameras, also mit den Astro-CMOS-Kameras, wie sie zum Beispiel von Z4OASI oder QHY auf dem Markt sind. Die verhalten sich irgendwie ein bisschen speziell. Und auch das gucken wir uns an am Computer. Hier habe ich zwei Bilder aufgenommen mit einer QHY-CMOS-Astro-Kamera. Wir schauen uns wieder die FITS-Header an und schauen nach den Belichtungszeiten. Wir sehen, dass das Bild 1 mit einer Exposure-Time von einer Sekunde aufgenommen wurde und das Bild 5 mit einer Exposure-Time von 1 Exponent 06. Die Belichtungszeit ist so kurz, dass sie bereits in der exponentiellen Schreibweise hier dargestellt wird. Jetzt schauen wir uns die Statistiken der Bilder an. Erinnert euch, dass das Bild Nummer 5 mit einer sehr, sehr, sehr kurzen Belichtungszeit aufgenommen wurde und wir haben einen Min-Wert von 1832. Jetzt schauen wir uns das Bild 1 an, was mit einer Sekunde Belichtungszeit aufgenommen wurde und wir haben einen deutlich geringeren Min-Wert. Also wir haben gesehen, wenn wir ganz, ganz, ganz kurze Dark-Frames machen, also Bias-Frames eben, dann kann es bei diesen 10 Mauskameras dazu kommen, dass deren Werte höher sind als letztendlich die Werte mit etwas längeren Belichtungszeiten. Würden wir jetzt zum Beispiel ein Flat machen mit einer Sekunde Belichtungszeit, dann wäre sozusagen das Bias-Signal in diesem Flat geringer als das in einem echten Bias-Bild. Und das heißt, würden wir ein solches Flat mit einem solchen Bias korrigieren, dann bekämen wir wieder ein Ungleichgewicht und wir würden wieder eine Fehlkorrektur des Flats bekommen. Und ich glaube, das ist die häufigste Ursache für diese Flat-Fehlkorrekturen, also eben meistens Überkorrekturen und die Foren sind wirklich voll davon mit solchen Problemen. Wie kommt es denn zu diesem merkwürdigen, außergewöhnlichen Verhalten dieser CMOS-Kameras? So wirklich im Detail habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden. Es gibt einen Artikel von Dr. Q, das ist derjenige mit den QAY-Kameras und der, naja, der ist Chinese, der hat einen Artikel auf Chinesisch geschrieben, den hat jemand ins Englische übersetzt. Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Übersetzung nicht ganz so gut, also es liest sich hier und da ein bisschen komisch. Aber das, was ich verstanden habe, ist, dass sich der ADC, also der Analog-Digital-Konverter, dass sich der bei den CMOS-Kameras auch aufheizt. Und das tut er insbesondere dann, wenn wir ihn sehr kurz nur benutzen und schnell hintereinander, also eben dann, wenn wir Bias-Frames machen, wenn wir sehr, sehr kurze Belichtungszeiten realisieren, dann heizt er sich scheinbar stark auf und das führt eben dazu, dass er falsche Werte liefert oder falsche Messungen erzeugt und das führt eben zu diesem merkwürdigen Verhalten. Im Prinzip müssen wir das auch nicht verstehen. Wir müssen nur wissen, dass es so ist, beziehungsweise besser gesagt, dass es so sein kann, denn es ist auch nicht bei jeder CMOS-Kamera so, aber es kann so sein. Und wenn wir das wissen, dann können wir dementsprechend handeln. Also deswegen lautet die allgemeine Empfehlung bei solchen CMOS-Kameras, bitte nicht das Flat mit dem Bias korrigieren, sondern eigens dafür sogenannte Flat Darks machen. Also Flat Darks sind diese Bilder, die dann exakt die gleiche Belichtungszeit und ganz wichtig, das ist grundsätzlich wichtig, den gleichen Gain-Wert haben wie eure Flats. Und die benutzt ihr dann zur Korrektur der Flatfields. Ich hasse ja Pauschalaussagen, wenn jemand sagt, das ist so und so irgendwie, meistens trifft es irgendwie nur auf 50% der Fälle zu, deswegen Pauschalaussagen sind immer gefährlich, aber ich lasse mich mal zu einer Pauschalaussage oder sogar zu zwei Pauschalaussagen hinreißen. Die eine ist, dass ihr grundsätzlich nichts falsch macht, wenn ihr eure Flatfields einigermaßen lange belichtet, sagen wir mal plus minus im Bereich von einer Sekunde. Es gibt eigentlich gar keinen Nutzen, Flats kürzer zu belichten. Also ihr habt keinen Zeitvorteil, ihr habt auch nicht irgendwie das Dunkelstromrauschen, spielt auch überhaupt gar keine Rolle bei diesen kurzen Belichtungszeiten. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man, außer dass man vielleicht Spaß dran hat, Flats kurz belichten sollte. Also ihr seid immer auf der sicheren Seite, sei es aufgrund dessen, dass irgendwie einige Kameras mechanischen Probleme haben oder eben diese von mir jetzt vorhin gezeigte Geschichte mit diesem Bias-Verhalten. Also ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn ihr einigermaßen lange belichtet bei den Flats und dann eben diese Flats mit einem sogenannten Flat Dark kalibriert. Also auch bei der CCD und bei der DSLR, obwohl da möglicherweise dieses merkwürdige Verhalten nicht auftaucht, könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr Flat Darks verwendet. Es gibt einen Fall, wo man gegebenenfalls doch Bias-Frames braucht. Und das ist der Fall, wo man seine Dark-Frames skalieren will. Wenn man jetzt Dark-Frames hat, die zum Beispiel von der Temperatur nicht hundertprozentig zu den Lights passen, dann kann man die etwas korrigieren, etwas anpassen. Das passiert in den Bildbearbeitungssoftwares. Das nennt man Darks skalieren. Dazu ist es wichtig, dass man die Darks zunächst von ihren Bias befreit. Und das ist der einzige Fall, wo tatsächlich die Dark-Frames mit einem Bias-Frame korrigiert werden. Jetzt kommt das Verrückte. Das funktioniert nur dann gut, wenn eben eine Kamera nicht so ein merkwürdiges Verhalten zeigt wie die CMOS-Kameras. Das heißt, allgemein wird euch davon abgeraten, die Darks zu skalieren, insbesondere bei CMOS-Kameras. Das funktioniert gut bei zum Beispiel meiner CCD-Kamera. Da muss ich das aber nicht machen, weil ich ohnehin passende Dark-Frames ganz easy erstellen kann, eben mit der Kühlung. Also das Dark-Skalieren funktioniert eben auch mit den CMOS-Kameras nicht. Deswegen wird euch generell geraten, es sein zu lassen. Und ihr habt gesehen, es gibt gute Gründe dafür, es sein zu lassen. Ich möchte nochmal zum Schluss sagen, dieses merkwürdige Verhalten dieser CMOS-Kameras, auch wenn ich das nicht hundertprozentig verstanden habe, wie das jetzt technisch passiert, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es bei allen CMOS-Kameras so ist. Man kann auch nicht sagen, dass es immer bei den kürzesten Belichtungszeiten so ist. Ich habe zum Beispiel festgestellt, bei der Kamera, mit der ich das getestet habe, ist es wirklich nur bei der allerkürzesten Belichtungszeit so. Sobald ich ein bisschen länger belichte, geht dieses Verhalten schon wieder in ein normales Verhalten über. Also bitte auch hier keine Pauschalaussagen oder der Frank hat aber gesagt oder ja. Also entweder ihr probiert es aus und messt selber. Wenn ihr wisst, wie ihr diese Messwerte zu interpretieren habt, dann bitte messt es selber. Und wenn ihr dann Gefallen daran findet, eure Flats und damit eure Flat Darks kurz zu belichten, dann macht es in Gottes Namen so. Und wenn es funktioniert, ist es ja auch gut. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen in die Thematik Flat Darks, Dark Flats, Bias. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt so ungefähr Bescheid, wie ihr damit umgehen sollt und was es in der Praxis für euch bedeutet. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, sagt es gerne weiter. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.